SWINGER! Es wurde uns vorgegaukelt, dass sie sich selbst erschossen hat. So wie es auch mal in Arkham Asylum mit Jim Gordon passiert ist, dass wir ihn tot gesehen haben, hat er dasselbe nochmal mit ihr abgezogen. So, und jetzt müssen wir Jim Gordon finden. Und dafür hier rein. Jetzt geht's nur noch... Es wird nicht einfach. Zuerst mal den ausschalten und damit gleichzeitig auch die Drohne. So, jetzt geht's erstmal hier runter. Von dort aus haben wir einen viel besseren Blink. Das war knapp jetzt. So, der Nächste. Ich schätze mal, wir können das Ding hier nicht aktivieren, solange die Typis noch da sind. Kümmern wir uns eben erst um alle. Ist da unten ein Riddler-Mann. Den schnapp ich mir mal so kurz zwischendurch. Ihr seid ja gleich richtig frech, Leute. Hey! Hey! Leute, geht mir nicht auf die Nerven. Du schießt hier nicht mehr. Du schießt hier nicht mehr. Nee. Schluss jetzt. So. Kümmern wir uns jetzt wieder um die da oben. Die haben einen Medic. Na toll. Wenn ich Pech habe, sind die alle, die ich ausgeschaltet habe, schon wieder aktiv. Schiff. Na los. Ach. Mist. Die lassen mich nicht schön raus hier. So und jetzt ist Ruhe hier. Okay. Das ist nicht die beste Vorgehensweise. Eigentlich ist es gar keine. Ach komm. Es wird nix. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ihr Pupils haben bis jetzt dilatiert, in desperate straining effort to pick up what they can in the dark. Ihr Muscles sind in anticipation of the moment he's right. Blood has been drawn away from your skin to serve more crucial functions. Have you felt that? the cold chill fear. Ist es der Große erledigt? Ich werde das für dich, Dark Knight. I will peel back every layer of the Batman before the night is through. Du redest doch immer nur Scarecrow. It's safe to reconnect the servers. The control console is on the top floor. Schon dabei. Okay. Kriegst du was, Barbara? Oracle. The clock tower is secure. You're reconnected to the mainframe. Great. Okay. It looks like we lost a couple of servers. It's gonna take a while to restore all my data, but I should be back online by the time you get back here. In the meantime, you might want to head over to the Lady of Gotham. That reporter guy, Jack Ryder, went over there to follow up on a lead. Cash tried to stop him, but Ryder just started shouting about freedom of press. Lamb to the slaughter. Das ist also die letzte Mission, ja? Geht's um diese Religionsfanatiker? Gut, kümmern wir uns um ein paar Jahre lang. Jack Ryder has been investigating something dangerous. They drew him to the Lady of Gotham. I should track him down. This won't end with a Pulitzer. So, erst mal raus hier. Oh, fuck, 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 fuck. Und du, hässliches Scheißding, hörst auf zu nerven. So, die Wand werde ich noch einreißen. Ich hoffe mal, dass dahinter was Wertvolles ist. Autsch. Nee, nicht wirklich. Na gut. Lady of Gotham. Tch. Oh. Mal sehen, was hier abgeht. Okay. Soll der jetzt geopfert werden? Okay. Soll der jetzt Deacon Blackfire. Batman, is that you? Get me out of here. This is sacred ground, heathen. You do not belong here. But God has sent you so that I may bathe in your blood too. My children, the devil comes clad in black. Slay him where he stands. Quickly, the time of sacrifice draws near. Rot wie eures auch. Wie das jedes Menschen. Jetzt ist er auf einmal Crazy Rider, ja? Vorhin fand ich, vor ein paar Folgen fandst du das noch übelst spannend. Spannend. Oh, Leute. Furten weg. Ah, should. Okay. Okay. Das ist die Klappermann. Psst. Ugh, okay. Okay. Just stepping into my church now, Deacon. Look around you, Batman. Look at what you seek to protect. Gotham is falling. Why are you still fighting? This is over. I say when it's over, Blackfire. Take him down to the cells. Hey, don't look too clean. You think this Blackfire is a beautiful priest, Patsy? It's just... I owe Gotham Church an apology for that incident with the hydrochloric holy water. That was one hell of a baptism. Deacon Blackfire. Von dem hab ich ja noch nie was gehört. Aber okay. Das ist damit auch abgeschlossen. Intel über die Line of Duty. Klar, ist das als nächstes dran. Ah, ich bin schon unterwegs. Dicks. Okay. Von hier aus soll ich Ausschau halten. Aha. Okay. Ach, Sionis stand da dran. Black Mask. Von dem hört man gar nichts. Hilfe! Somebody over here! Help me! You crazy! You know that? No one's out there to save you. Everyone's gone. Gotham's deserted. This city's ours! Das muss doch wehtun sich jedes Mal zu irren. Hey! We got it! You need to take out the thugs before I try and through the fire. I found him! You see him and I'll get you! Ah! 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 Diese Stadt hat endlich geholfen. Ich bin mit mir verrückt. Alles. Ich brauche, dass du ruhig bist. Das wird nicht helfen. Entschuldigung, es ist nur alles passiert. Es ist nicht einfach. Es fühlt sich, dass wir uns gebeten sind. Ich weiß, dass die Sündenbussurge in den Frenn. Es war eine Verkaufsung? Nichts konkret. Wir fangen uns an diesen Fren. Gut, damit hätten wir einen weiteren. Das müssen das immer so viele sein. Gut, ich würde sagen, jetzt mit den Wayne-Tag-Punkten, die wir haben. Sieben Stück. Batsuit, war das hier? Ja. 4 Multi-Takedown mal 4. Wird auch mal Zeit. Gadget Skills, Battering, Stun Duration, warum nicht? Mission Select, okay. Was haben wir noch? Noch mehr? Okay. Gleich noch einer. Mhm. Hm, wo haben wir sie denn? Alles klar. Na wer wohl, der alte Vogelscheuche. Okay, einfach drauf. Hey, jetzt reicht's mal langsam. Achso, das ist so ein Brood, alles klar. Oh, ja, klar. So, da haben wir schon den nächsten. Oh, ja, ich weiß. Die Unexplained Fires in den letzten Wochen. Was there a common Accelerant found in any of the crime scenes? Sure, petroleum-based Napalm. Tja, das mit dem Asylum wird wohl nichts. Gut. Wie sieht's aus? Gleich den nächsten? Nee. Ach, die Typen. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge, ich mach hier nämlich einen Cut, uns wieder mit der Story befassen. Und bis dahin. Ja, tata. 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 Ja, da. Untertitelung. BR 2018